servus freunde der klemmbausteine herzlich willkommen zu einem neuen türchen des lego harry potter adventskalenders wir kümmern uns heute um türchen nummero 9 und die reihenfolge stimmt in türchen nummer 9 ist eine minifigur enthalten und es ist serious black wenn ich das richtig sehe dann müsste das serious black sein tatsächlich ja mit allerdings noch nicht serious nach der rettung sondern noch serious in azkaban denn wir haben hier ein schildchen mit dabei mit seiner azkaban nummer sehr detailgetreu ist es ist tatsächlich man mag es kaum glauben aber es ist es ist ein print schau dir das man es ist ein print mit dieser mit diesem schildchen hier sehr cool also das schema stimmt auf jeden fall das würde bedeuten lass mich mal ganz kurz gucken dass wir eigentlich weil wir haben jetzt das das und das dass wir noch eins zwei drei vier fünf fünf minifiguren eventuell noch bekommen ja das haut hin von der anzahl her dann hätte ich gesagt sehen wir uns morgen zum türchen nummer 10 wieder bis morgen